Hallihallo ihr da draußen und willkommen zu einer neuen Runde. Schwein! Ja, und das ganze spielen wir natürlich mit dem Onkel. Yeah, der flippt schon völlig aus. Wir befinden uns gerade im Part, sag ich mal so, Thron des verlorenen Königs. Wer Interesse hat und sich das mal anschauen möchte, nur zu. Und ich würde sagen, let's go! Oh, jetzt bin... Irgendwie wechselt das jedes Mal, der Charakter hier einfach so. Weil, hatte ich letztens die? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich nehme gerne den Zauberer. Von daher... Ups, ich krieg schon wieder auf die Fresse hier. Ja, den hab ich irgendwie... Ja. Du hast immer mal jede Aufnahme mal einen anderen. Obwohl, den dicken mag ich natürlich auch hier, den Big Boss, ne? Also, den hab ich auch ins Herz geschlossen. Pass auf, pass auf. Ja, es wird scharf. Scharf. Mäh, scharf. Onkel, scharf. Mäh, mäh. Das hat sich gerade eine Fliege auf meine Nase niedergesetzt. Die doofe, ey. Ja, die ist bestimmt noch von dir damals. Weißt du, ne? Weißt du, ne? Oh, ah! Das war ein bisschen scharf. Ja, ja, die hast du gar nicht in der Kamera gesehen, hellig. Müsst du dann mal klug nehmen. Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Ach nee, wenn man unten bleibt und nicht springt, dann sind wir uns doch. Hüpf. Hüpf? Hüpf. Ups. Oh, oh! Das war ein bisschen stachelig. Okay, ich nehme mal den Zauberer an. Sonst ist mir eine Kriege. Ja, weil sie nämlich fast tot ist. Ja, das ist kacke. Alter, das ist scheiße. Oder müssen wir die ein bisschen anderser bewegen mit dem Zauberer in eine andere Richtung drehen? Ich glaube, es ist oder ich weiß es nicht. Das ist vielleicht... Na doch, das könnte passen. Und drüber? Und? Bist du drüben? Ja, ja. Juhu. Oh, nee, nee, nee. Okay, dann... Was? Oh Gott! Da drüben ist ein Sokalett. Ich habe gemixen. Okay, scheiße. Mist, verdammte. Oh, okay. Lass mich, lass mich, lass mich. Hi. Hallo? Ach, jetzt. Oh. Alter, ich... Ups. Oh, da ist ein Stachel, da ist ein Stachel. Ich müsste mir helfen. Ja, ja, Moment, Moment. Ich habe hier gerade auch ein bisschen... Äh. Oh, hast du gesehen? Da hat er Herzl nur an der jetzt. Oh. Ui, oh. Warte, ich heb das... Okay, warte mal. Ja, heb mal. Nochmal. Jetzt habe ich noch so eine Kiste gemacht. Das war auch toll. Ah, jetzt öffne ich mal die Truhe, gell? Mach mal. Ich öffne mal die Truhe. Adlerstatue. Adlerstatue. Uh, ziemlich interessant. So, dann würde ich sagen... Was ist denn das hier für eine Klappe? Sehe ich gerade. Oben? Wo? Wo? Da oben ist eine... Da oben ist eine Klappe. Auhe. Auah. Was ist denn hier? Stacheln. Ich tue mal die Stacheln. Mal kurz. Ups. So, ich leg die hier... Nee, na, was ist... Äh, da ganz oben ist noch eine Kerze. Achso, die Klappe. Die Klappe soll wahrscheinlich... Hm. Die hat, glaube ich, nichts zu bedeuten. Sicher? Ich weiß es nicht. Ich muss mir gut vorstellen. Geht ja noch höher. Was weißt du? Nee. Woher? Ups. Ich bin ja oben das erste Mal. Also ist da oben nichts. Traste. Bei der Klappe nicht, nee. Ähm, könntest du eventuell mal hier diese Schaukel etwas nach rechts bewegen? Will ich vielleicht da hochkommen? Ja, vielen Dank. Gut. Ja. So. Dann nehme ich mal her. Uhu. Sehr knapp. Oh, oh. Ups. Hab ich das? Hallo? Aua. Ja, ich schaffe das. Natürlich schaffen wir das. Wie ist denn die scheiß Kugel? Jetzt hab ich es. Oh, oh. Das ist wie ein Skelett. Pass auf. Hui, ja, vielen Dank. What? Was machst du denn? Scheiße. Ich? Okay. Nee, nee, nee. Diese, äh, das, das Skelett hat, äh, mir gerade im Weg gestanden. Hat, was ist das für ein Deutsch? Oh, nicht schlecht. Die Kiste hat ihn. Ey, Alter. Wir müssen unbedingt den Krieger. Der ist so schlapp ist der. Der kriegt ja gar nichts gebacken. Was ist denn hier mit der Klocke? Was ist denn die hier? Ist hier irgendwas zum Zerhauen oder so? Oh, guck mal. Skelett. Ja, es kommt. Das ist gelöst. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall müssen wir irgendwie hier hoch wieder, ne? Da ist die Fliege wieder. Ich steh mal die... 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 Ich steh mal die Glocke. Oh Gott, geht das mal... Hey? Wieder hochgekommen. Ja, das wird... Ah. Ich steh wieder weg. Nein, 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 nein. Das bewegen... Scheiße! Jetzt geht das wieder los. Na toll. Komm, du kannst zaubern. Du bist der Zauberer. Ja, aber ich kann das nicht. Guck mal, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wie nu? Ja, ich müsste das jetzt irgendwo... darüber da wo die ja genau ja da müsstest du wahrscheinlich mit dem ding dann einschlagen okay du musst nicht sagen du musst sagen oder soll ich schnell drehen oder wie machen wir lass mich hier hoch so jetzt darfst du nach rechts ja rechts andere seite genau so ja ja vielen dank damit ein problem so jetzt kann man die uschi wiederholen genau die hast du ja so lieb ne haufen trinke hier sind auch solche dinger hier solche ich werde durch irgendwas angezogen gerade irgendwas war unten sind paskelette ja da würde ich mal warte mal hier schon wieder so eine scheiß brücke die kriegen erst mal richtig auf den maul hier hier ist irgendein mechanismus ja okay okay das grüne hat das grüne ja könnte es noch mal versuchen warum mache ich das nicht könnte doch eigentlich ich weiß nicht und mechanismus für oben und so ein ich komme irgendwie nicht mehr raum ich bin drüben hier ist noch mal irgendwie so ein dinge aber da öffnet sich dann eine tür jetzt müsstest du irgendwie nur noch hier hoch kommen du hast da dein seil benutzt das mal so einmal durch hier vor sie ist erst mal hier runter genau ja wir müssen eh wahrscheinlich da oben ist noch eine truhe so eine schatzkiste und ein geland so ich könnte ja auch mal blocken ja versuchst du doch nach da oben doch wir beide müssten nicht doch wir müssten auch ich muss mit okay ich habe eine truhe schnellkücher für die bin gefühlt ich glaube das ist ich gehe mal ganz kurz offen ja ja wir haben nämlich auch mal was haben wir denn jetzt hier und zwar der schnellkücher mit schnellkücher kann die die bin ihren bogen schneller nachladen erlaubt der die bin noch schneller zu laden kosten zwei das klingt also ich werde es definitiv reinhören ich werde mal den krieger auf jeden fall mal sein schwert upgraden stärke der titanen haben wir das schon gemacht fähigkeit ist richter oder weiter okay das haben wir das letzte mal nicht gelesen da hier stärke des titan oder der titan haben wir das schon ausgestattet mit der stärke der titan reichen die fähigkeiten des ritters noch weiter der ritter kann nun große objekte aufnehmen nur möglich wenn der ritter genug mana zum anrufen der götter besitzt der ritter verfügt vorübergehend über höhere geschwindigkeit und gegner zurück zu schlagen besonders geeignet für gegner mit schild okay das hat man schon und die nächste stufe wäre dann über rennen ach so das ist da war das letzte mal ein schild war da kein schild das letzte mal da drin ich habe keine ahnung okay ich weiß nicht ich habe auf jeden fall sein schwert nochmal auf 3 gezogen also volle upgrade habe ich jetzt volle upgrade ah ne da unten ja flammenschwert mhm so mit flammenschwert haue ich rein und dann ich weiß nicht ja die die nehme ich eh selten von daher lasse ich das erstmal und hier kann man noch nichts ach doch der hat upgrade 3 erlaubt der zauberer 4 gleichzeitig äh blanken oder lieber oder lieber kisten das ist besser wir ich weiß es nicht ich meine machst du blanken ich mach kisten und dann können wir uns da ja ne dann machen wir das erstmal so was sagst du jetzt rennt ja nicht weg ich habe die planke genommen jetzt gut dann nehme ich die kiste hm gut gut ja müssen wir uns dann irgendwie so vielleicht können wir uns da helfen ja genau achso wiii mein schwert guckt ja das mal an das feuerding wow 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 jetzt kommen ja die worten ich schwing schon mal rüber meinen Arsch senkt den mana verbrauch beim herbeizaubern von objekten das heißt der kommt zum zauberer au iiii hm ok von dem meinten nehme ich mal den hier ok oh sorry wupsi 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 runter mit euch und da oben nichts ne da habe ich gerade geöffnet da war nämlich eine Falle und ich bin genau da rein achso da oben ist einfach so eine kleine oh guck mal Leben ja her damit wiii jetzt sind wir wieder voll siehst du es geht für alle da wird sich auch nicht gestritten hm ähm ich glaube ich spring runter und wenn es nur für dich wäre dann wäre es so schlimm nix damit scheiße alter Schwede dann sollte ich mich da streiten na Skelett traust du dich hier rüber dann brauche ich mir nämlich nicht die mühe machen scheiße ja der hat sich selbst ermordet wie geil ist das denn und Erfahrung für mich ja das müsstest du machen weil ich da sind Stacheln und ich komme so schnell mit Sicherheit nicht rüber und der attackiert mich hm hm ja die attackiert mich ich sitze in einer Falle blablabstieg Onkel bist du da ne du sitzt in der Falle ich sitze grad nicht so ganz gerafft ich sitze hier unten in der Falle das Skelett attackiert mich und ich komme aber hier nicht weg hä 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 So, und wie komme ich jetzt rüber, bitte? Ich habe Angst, hier ist stachlig. Achso, warte mal, warte, warte. Achso, ich könnte ja mit einem Zauberer... Machst du? Ja, könnte ich machen. Bau mal was Schönes für mich. Einmal das. Und einmal das. Und nicht. Jo, vielen Dank. Bitte schön. Kein Problem. Ganz schön. So, oben warst du schon, ne? Ich bin jetzt am Rümpel gesprungen, aber ich kann ja wieder hoch. Oi, 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 oi. Oi, oi. Von drüben auch noch. Alter Schwede. Ja, ja. Ähm, das Problem ist, ich... Ich komme gar nicht hoch. Ich müsste aber hoch. Warte mal, ich muss den Zauberer nehmen, oder so? Wo bist du denn? Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin unten, aber ich komme nicht hoch. Oder wir müssen irgendwas einschlagen. Müssen wir irgendwas einschlagen? Auf jeden Fall ist hier ein Gitter. Ja, ja, das Gitter habe ich gesehen. Das Gitter habe ich jetzt aufgemacht. Achso, hast du? Hm. Okay, dann muss ich jetzt... Hm? Das wird knapp. Bleibt immer ein Stück stehen. Bleibt immer ein Stück stehen. Nein, nein, nein. Aua. Autschi. Solange du leidst, passiert da nichts. Tschüss. Oh, oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Hm. Alter Schwede. Alter Schwede. Woohoo. Okay. Ja, wir packen das. Shit. Ui, gibst du noch? Ja, die sind aber auch... Ja, die sind aber auch... Ach, sie vier. Oh, äh, was ist das hier unten? Ist ein Fahrstuhl, oder was? Ja, da unten geht es runter. Also da unten geht es weiter. Und oben ist alles dicht. Yay, ich hoffe, dass es nicht... Ja, sehr schön. Ja, ja, sprich. Ah, bleib dran, bleib stehen. Nein. Nein, da oben war ich wieder dran. Oh, shit. Na toll. Aber wir haben wieder eine... Kommst du hoch? 1,1. Nee, ich komme nicht hoch. Mit ihr geht nicht mehr, ne? Ich habe mir das schon gedacht, das ist jetzt wieder bestimmt so. Weil das war... Das ist ungefähr die gleiche Situation, bevor wir das letzte Mal runtergefahren sind. Oh, scheiße. Und dann haben wir los, springen. Das macht nichts. Ja, Entschuldigung. Da werde ich immerhin nicht erschrecken. Ein bisschen lauter. Das ist doch mal leid. Ich bin ein bisschen hysterischer. Und, ah. Und was? Die geben natürlich Erfahrungspunkte. Oder? Nö. Irgendwie jetzt gerade gar nicht. Ja, wer wird denn nicht laut, wenn es hektisch wird? Also da bist du nicht der Einzigste. Ich glaube, wir müssen was bauen. Nee, nee, wir müssen hier... Das dreht sich wieder runter. Wir müssen... Okay. Okay, wir müssen da irgendwie... Okay, das war falsch. Das ist gerade wie so ein... Nein! Alter Schwede! Hilfe! Scheiße! Scheiße! Ey, wenn du das noch nicht mal schaffst... Wie soll ich denn das schaffen? Ey, eine Planke könnten wir bauen. Warte mal. Das geht doch, oder? Ich weiß nicht, aber noch was... Oh. Guck doch! Los! Hoch! Stell! Scheiße! Huuuah! Huuuah! Ich bin wieder... Ah, uh, uh, uh! Der Turm kippt, okay. Der Sturm, der Sturm, der Sturm kippt. Äh, was? Hier, komm. Hier, tu erst mal rüber. Hä? Hier! Was machst du denn? Scheiße! Scheiße! Na, sobald die Dinger sich drehen... Alter Schwede. Da oben sind Tränke. Ich will die haben! Jetzt hau mal da nicht rum! Mache! Da oben sind Tränke, ey! Wirklich! Oh! Scheiße! Skelett! Aua! Ja, ich hab gerade... Oh, oh, oh! Wir sind... Hä? Wieso? Oh Gott, ich bin tot. Okay, wir haben... Jetzt da oben sind zwei Tränke. Wie kriegen wir die da runter? Haben wir die runter schief? Also, denk dran, dass du fast tot bist und... Du kannst ja auch einen Krieger nehmen. Auf plus. Ich wollte aber nicht da anfangen. Ja, der nützt mir nix. Jetzt hier, ne? Oh, warte mal! Ich könnte rüber! So, jetzt krieg ich... Äh... Ja, keine Ahnung. Wenn man da oben an die Tränke ankommt, da hab ich keine Ahnung. Ich versuch dich gerade irgendwie runterzuschieben. Nein! Nein! Warte mal! Ich mach mal eine Planke hier. Achso, du hast einen Zauberer wieder. Nein, ich spring zu... Oh! Aua! Mensch! So, jetzt mit Ruhe! Mit Ruhe! Ja, scheiße! Das war jetzt so dumm von hier. Und wieder da. Oh Gott! Das ist so anstrengend, ey. Darüber zu kommen, das funktioniert irgendwie nicht. Das ist so anstrengend, ey. Ja, ja. Höchstens. Wie ist so ein Mausrad, Alter! Wo drüben? Wo drüben? Ja, ihr seht schon. Da oben ist doch eine Kiste. Ich will da oben ran. Wat? Echt? Eine Kiste? Ja, aber ich weiß nicht, wie man da oben ran kann. Ich müsste jetzt mal irgendwie meine Kiste hochstellen oder so. Uuuuuh! Kannst du, ich hüpfe hier... Oh, nein! Oh, 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 oh. Alter Schwede, warte, warte. Kiste hinstellen oder so. Wo ich gerade stehe? Siehst du das, wo ich bin? Wo ich rumhüpfe? Warte, warte, warte. Kannst du auf das Rädchen da... Uuah! Oh. Warte, warte. Das hab ich so schön. Ne. Ey, wir sind fast tot. Geh mal, warte mal. Was tut? Gut, ich bin deutsch. Scheiße, oder? Du musst es mal wegzaubern, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du willst hinten auf das Ding wieder trauen. Ach, Mist. Ja. Hat der Wengel aufgefüllt. Oh! Da oben ist jetzt eine Kiste. Ja, ey, was wird denn... Nein, scheiße. Das tut so weh. Ach, das ist doch kacke. Kann ich mal ganz kurz den Zauberer haben? Äh, ja, gerne. Ganz kurz. Warte, warte. So. Warte mal, ich will mal ganz kurz da oben... Wie ging das jetzt? So, ne? Bleib dich stehen. Oh, 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 oh. Wollen wir erst mal eine Blanke lassen? Und dann Niki. Bleib stehen. Ne, ne, ne. Scheiße. Wir müssten die... Die Blanke einfach größer machen. Warte. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Und jetzt ist da oben eine Kiste irgendwie drauf. Hm. Oh, das war eine Blanke. Ja, das war eine Blanke. Du kennst aber eine Kiste... Ja, jetzt hast du. Ja, alles klar. Gut. Na ja, dann versuchen wir dein Glück. Also die, die bin wieder... Ja, und jetzt kommen wir nämlich auch locker rüber. Ja, dann mach mal. Und du, kannst du doch... So, die Kiste auf und da ist drin... Locker? Ein blauer Meisterstein. Ich hab irgendwie das Gefühl, man findet hier nur für den Zauber. Blauer Meisterstein erhöht die maximale Anzahl Kisten. Autschen. Ich bin nicht wieder da. Und eins erhöht die Anzahl Pfeile des Bugens. Ach nö, das kann ich auch für die Diebin nehmen. Geil, dann wünsch ich das für die Diebin. Also dieser Drang kannst du für den Zauberer nehmen. Da kannst du noch eine Kiste mehr machen. Und für den Diebin, da kannst du noch... Und tschüss. Da kannst du noch einen Pfeil mehr machen. Hörst du mir zu? Ja, ich hatte gerade so zu tun, hier rüber zu kommen. Ey, ich bin so froh. Ja. Ey, das ist wieder so. Jetzt darfst du. Ich habe gesagt, diesen Drang, den wir gerade... Blauer Meisterstein, den wir gerade eingesammelt haben. Mhm. Da kannst du beim Zauberer eine Kiste mehr machen, wenn du den dort einsetzt. Und dann kannst du bei der Diebin, kannst du ein Pfeil mehr. Da kann ich jetzt ein Pfeil mehr schießen irgendwie. Also, für was ist das am besten? Für wem? Für den, den du... Du nimmst ja immer einen Zauberer, sitzt es bei dir am besten für den Zauberer. Ja, ist ja schon drin, ne? Ich habe es eben bei der Diebin. Genau. Ist schon drin alles, so wie es sein soll. Ja, ich werde es mir genau haben. Und der Adler, der ist beim Ritter. Also ich denke mir mal, das macht schon selbst, wohin, wo es hin soll. So habe ich das Gefühl. Okay, wir sollten jetzt vielleicht... Oh, der Ritter ist tot. Wir müssten... Ja, lauf doch nicht einfach weiter. Ich habe jetzt das Gefühl, das Level ist zu Ende. Meinst du? Ja. Prüf das doch mal. Ja, das Level ist zu Ende. Okay. Naja, dann... Du? Sagen wir mal für diese Runde erstmal... Adios, Amigos. Adios, Amigos. Adios, Amigos. Und... Bye-bye. Und bis zur nächsten Runde, würde ich sagen. Weil hier kommt jetzt nämlich ein Cut, weil das nächste Level dann gleich da weitergeht. Ja, richtig? Tschüss. 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 Tja, 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 tja. Vielen Dank.